Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2, Assassin's of Kings und dem Joveth-Fad. Äh, das ist mittlerweile Take 3. Ich habe immer wieder Konstellationen ausprobiert und geguckt, ob das passt. Wir probieren jetzt zum dritten Mal etwas aus und mal gucken, ob das auch so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Hi, Ranger. Wir haben ein paar mehr von der Hanna-Surprise. Ein Grupp von Traveler. Was? At night, die... Es sollte die Dragon-Konstellation sein. Ich nehme den einen. Danke, Cynthia. Der Mond. Ich denke, es ist der Vollmond. Lass mich. Und ich nehme die Mine. Was ist denn die Mine? Der Abgrund? Bergseite vor dem Himmel? Ich habe keine Ahnung. Die Mine-Entrance in der Muntanside. Das ist logisch. Ich stehe neben dem Fresco. Let's see if we can take your places. Count me out. I want... As you will. Ja, ja, ja. Ähm... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier nehmen. Ich will das hier nehmen. Intruder detected. Now! Hahaha. Na, haha, haha, haha. Oh Gott. Oh Gott. Das ist... Ja, würde ich auch sagen. Das heißt, die, die sich auf keine Platte gestellt haben, wären eh gestorben. Schön, dass es jetzt noch bei Take 3 geklappt hat, aber das ist ein Golem. Das ist ein Labor und das ist der Wächter. Das ist ein Golem. Ein Golem? So, Darhenna's legend ist wahr. Es ist kein mehr als ein Maschinen, zu folgen und zu folgen und zu töten. Nicht wie unser Witcher. Hm. So, ich glaube, wir sollten mit dem Wächter zusammenkommen. You? Was du wissen, über Golems? Ich bin nicht in jedem Wächter in jedem Wächter. Aber eine gute Bestiäre beschreibt Golems in length. Und ich habe mehr als ich von ihnen überlebt. Geralt, ich bin nicht überlebt, aber ich sollte diejenige sein. Actually, du bist überlebt, mein Wächter. Listen, ich weiß, was ich mache. Ich versuche es zu geben, die Wälder zu geben, die Wälder zu geben. Oder ich werde es einfach mit den Wäldern. Break die Code. So, jetzt haben wir ein Burglar in uns. Be mein Guest. Try. Meine Intentions sind gut. As are mine. Know, however, that this may change. Der Hanna must have been pretty lonely if he gave you eloquence. The Master made me a guardian. Nothing less, nothing more. And you, provided you stand there, are a guest. Was bist du genau? So, so you are aware you are an automaton? Do we really know who we are? Where we came from? And where we are headed? Is human life predictable in that the cycle of birth and death ensnares it? Better than mine. When a human is born, he is obedient to his parents. Later he listens to tutors, masters, corporals. Finally he succumbs to the will of death. And to think that Adalbert questioned Der Hanna's Mastery. Äh, wollte du uns fragen, wer darf denn passieren? Kannst du deine eigenen Entscheidungen treffen? You are far more self-aware than a typical Gollum. Can you make sovereign decisions? The Master made me the way I am. Because long discussions were to his liking. I can make decisions within my program, of course. So you decide who's a guest and who's an intruder. Who else would? Guests chat innocuously, exerting no pressure. All others are intruders. Das heißt, wir müssen harmlose Gespräche führen. Äh, wer darf denn passieren? Wer, wenn jemand, ist erlaubt, zu passen? Der Hanna, aber er ist tot. Auch Gäste können passen, aber ich stoppe Intruders. Sag mir mehr. Wer ist ein Gäste und wer ist ein Intruder? Ist das nicht so obvious? Ein Gäste hält seine Distanz oder kennt das Name Wort. Ein Intruder ist jemand, der zu weit entfernt, attackt mich oder sonst interfert mit meinem Beinem. Wollte schon vor uns jemand hin und? Hat jemand versucht, zu zu entfernen? Ich erinnere mich keine Intruder. Ich erinnere mich, aber ich erinnere mich, die Gäste, die nachgebracht wurden, nachdem zu verraten. Wann war das? Was hast du diskutiert? Ich bin eine Maschine. Hm, ich habe andere Fragen. Wer hat dich geschaffen? Do you remember your Creator? Of course. Ich wurde in die Form von Master Der Hanna. Ich stehe von seinem Willen, von seiner Macht, von seiner Macht, von der Necessity encastet in meine stone bowels. Der Hanna ist tot. Seine Wörter, die mich animiert, lebt auf. Wie ist sein Legat, das ich protecte. Empires werden aufreißen und fallen. Räume werden ihre Kursen verändern. Aber ich werde zu einem Master auf meinem eternen Blick bleiben. Ich frage mich, wie mächtig der ist. Wir sollten nicht versuchen, ihn anzugreifen. Das machen wir nicht. Der Hanna muss ein außergewöhnlicher Mann sein. Könntest du mir über ihn erzählen? Mein Gott, alles, was dem Master gehört hat, including seine Privacy, die er sehr wert hat. Ich kann dir nichts erzählen. Ich habe andere Fragen. Hast du einen Namen? Hat dein Kreator dir einen Namen? Ich bin der Name für Obedienz und unbezügliche Persistenz. Ich bin ein Gordianer und der wunderschönster von Servanten. Ein Gollum ist das Wort, das dir Leben gab und das kann es wegnehmen. Du musst einen Namen haben. Ich habe nichts. Alles gehört meinem Master. Wie kann ich den Namen auswählen, wenn ich nur um mich zu schützen, um meine Kreatorinie zu schützen? Powerful magic hat dich erschaffen. Der Hanna war ein wahrer Master. Er ist noch, seit seiner Master überlebt. Darf ich nach deinem... Du bist... Du bist... Du bist einsam. Als ein Bewusstsein, du musst dich hier sein. Du bist falsch. Du bist falsch. Die Schmerz des Welt, melancholie, liegt in der domainen von Emotionen und Gefühlen. Meine Gedanken sind von pure Logik, verletzend von meinem Programm. Aber du kannst lernen. Sie sagen, dass ein Pension für Philosophie nur kommt von Curiosity. In meinem Fall kommt es von der Wille des Master, der mit mir mit sprechen möchte. Und fühlst du die Nehmen, zu diskutieren? Ich fühle nichts. Ich habe nur diese Nehmen. Hmhm. Darf ich nach deinem Programm fragen? Windows! Können wir uns über das Programm das kontrolliert dein Gehäuert? Natürlich nicht. Wie lautet dein Name? Kann ich dich fragen, das Wort Wort, das dich zu Leben gebracht hat und das dich zu aktivieren kann? Mach das, und ich werde dich als Intruder verzeichnen. Oh oh. Ich habe andere Fragen. Ich weiß genug. Fantastische Entdeckung. Wir sollten mal Adamerts Hose öffnen. Ich bin hier Gast und möchte reden. Intruder muss stoppen. Ich berufe mich auf das heilige Gesetz der Gastwanderung. Nein! Ich will gegen kein Golem kämpfen. Die sind viel zu mächtig. Oh mein Gott. Hat der gerade Trugbilder erschaffen? Ah. Igni! Igni! Wer davon ist denn jetzt der Echte? Ich brauche auf jeden Fall einmal ein großes Gwen, bevor ich hier draufgehe. Ah. Der ist tot. Der erfolgt. Dann müsste das hier der Echte sein. Und das war's. Sehen wir uns um. Mal sehen, was für Schätze... und was ist mit mir? Ich sollte eine Beförderung kriegen. Meine Genitalien sollten in aller Munde sein. Rune des Mondes. Es geht Rune. Also auf jeden Fall jede Menge Zeug... 513? 513 Orens. Was findet sie denn jetzt? Boah. Oh. The device. What is it? You've done your job. You'll be paid and... Paid like the scholars were? They died once they were no longer useful. They were never useful, but Cynthia insisted. Fortunately, they were so kind as to remove themselves without my help. I'm not about to be that kind. Adelbear, you know what you're to look for. Yes, Mom. Mom. It's a prototype Megascope. I didn't know it had survived. What's it do? The artifact detects an emotional bond with a person. Its user need only focus on that person and the device will establish a connection. Great tool for a spy. Yes. Time you fulfilled your end of the bargain. What do you know about my past? You were a rider of the Wild Hunt. Fast? I read the reports. Don't the Nilfgaardians have anything better to do than write reports about Witchers? Not about Witchers. About you. You are the sole person to have been a member of the host and survived. Don't store it was? Anything else? Any detail you can give me would be useful. Don't trust Letho. You think I trust the people I hunt? He's your foe today. But he wasn't always. Was weißt du über Letho? Warum hat Adalbert eben reagiert, als sie gesagt hat, du darfst Letho nicht trauen? Die kennen Letho. How do you know I knew Letho? I've read... The reports, I know. Why are you warning me about him? Because I like you. Oh. Irgendwie mag ich sie jetzt auch. Is there anything to prove, I was part of the Wild Hunt? Nothing. Apart from the fact that Nilfgaardian intelligence agents are drawn and quartered for lying in their reports. Hmm. An enlightened nation indeed. You haven't the faintest notion how many people are interested in you. Very important people. Just because I survived? You're a former rider of the hunt and you live. You may be the key to solving the mystery of the retinue. And they all know that. You must watch out for yourself. Let's say you've satisfied my curiosity. Well then, consider me glad to have satisfied a witcher, whatever the way. Ich würde das Artefakt gerne mal antesten. I'd like to try out the device. You realize that can only end badly. Cut in again and I'll put you in my report. You may use it. But just once. Giving state secrets away to a Nordling. Will you mention that in your report? You're sure to be named a commander one day, Adelbear. But until that happens, be a good boy and do your job. Article 22 of the code is clear. Suspicion of treason is sufficient grounds to strip a commander of power. Article 1 of my personal code is equally clear. Traitors must be subjected to the most painful death possible. Ich wollte ihn sowieso die ganze Zeit umlegen. Das werde ich jetzt auch tun. Dieser versnobte Spast. Ouch. Hat er sich gerade selbst angezündet? Ich glaub, er hat sich selbst angezündet. Das finde ich sehr lustig. Lars, Cynthia in Ruhe. Oh, Vorsicht. Fucking bitches of... Fuck. Ich will wissen, wer von euch komischen Nudeln der echte ist. Nein! Der brennt. Der ist tot. Der ist auch tot. Okay, das ist der letzte. Ich miete ihn um. Was ist das, Adalbert? Ich habe das nicht erwartet. Multiplikation? Zweite, du in der Akademie. Alle Majors lernen es. Ich habe das nicht erwartet, dass du meine Seite nimmst. Na, jetzt wähle eine Person, die du möchtest, zu kontaktieren. Nach dem, das Artifact ist mein. Kriegst du deswegen Ärger? Ich werde es niemandem mehr zu hören, Baby. Willst du uns wieder treffen? Ich würde es nicht minden. Schau mich an den Inn. Ach, die ist ja irgendwie total süß, oder? Das ist... Ich werde das Artifakt benutzen. Ich würde es nicht erwarten, wenn du nicht eavesdroppst, während ich eavesdroppte. Ich kann dich nicht problemen. Ich habe hier viel Arbeit zu tun. Ich werde es nicht erwarten, was dieser Spinner vorhat. Ich werde es nicht erwarten, und ich werde es nicht erwarten, dass ich es nicht erwarten, dass ich es nicht erwarten kann. Ich werde es nicht erwarten, dass ich es nicht erwarten kann. dass du dein Rooks verletzt, und dein Rooks nicht möglich ist. Und dein Rooks nicht möglich ist. Ich werde es nicht verletzt, Checkmate Cardwin. Ich hoffe, Sire, dass die Talks in Loch Nguyen spielen wie unser Spiel gemacht hat. Ich habe alles gemacht, in meinem Macht zu positionieren. Ich weiß, in Zeit, Ich wusste es, der spielt ein ganz böses Spiel. Ich bin einfach sorry, ich kann das Artifakt ein paar Mal mehr nutzen. Seine Kraft hat geflogen. Ich verstehe. Danke trotzdem. Wir haben viele Orans gefunden. Was haben wir hier noch? Der Hannahs Notizen. Das können wir uns ja gleich nochmal durchlesen. Der Hannahs Notizen 1. Irgendwo muss hier noch ein zweites sein. Da. Der Hannah beschreibt, um ein wichtiges Dokument über die Orans zu finden. Und noch mehr Notizen. Oh, sprich mit Cynthia über der Hannahs Dingsbums. Das ist doch cool. Hier sind zwei Türen. Von welcher kam ich? Von der? Ich weiß es gar nicht. Naja, lesen wir auf jeden Fall erstmal diese Notizen durch. Wir fangen natürlich mit der ersten an. Ich habe mit der Durchsicht der Manuskripte begonnen. Die Annalen der Stadt sind nur teilweise erhalten geblieben. Die interessantesten Bände fehlen offenbar. Selbstmögliche habe ich bis hierhin keine einzige Erwähnung der Virenz gefunden. Nummer 2. Ich bin auf ein bemerkenswertes Dokument gestoßen. Der Inhalt ist verschlüsselt und selbst der Dialekt ist eigenartig. Die Entschlüsselung dauert sehr lange. Ich habe das Wort Reptilien erkannt. Das ist eine vielversprechende Spur. Das Dokument trägt das Siegel eines gewissen Goveth. Ich habe noch nie von einer Person dieses Namens gehört. Drittens. Ich habe endlich den Not gefunden, den Goveth beschreibt. Mein schlimmster Verdacht hat sich bestätigt, als ich auf Zellen voller Knochen von Eidechsenmenschen stieß. Es gibt auch noch weitere Dokumente. Wenn den Zahlen zu trauen ist, war der mutierte Bakterienstamm entsetzlich effektiv. Das Reptiliengewebe muss sofort verwest sein. Aha. Ich habe begonnen, die Mutationsprozedur erneut aufzuzeichnen. Diesmal in einem magisch geschützten Folianten. Mir wird ferner klar, wie ernst und weitreichend meine Erdeckung sein könnte, wenn diese Krankheit die Vance und die Iene N-Shade befallen hat, die nicht geimpft waren. Was geschieht dann, wenn sich unter den Menschen jemand befindet, der verrückt und böse genug ist? Tja, dann wird er wohl unsere ganze Rasse vernichten. Nein. Sehr interessant. Haben wir den jetzt damit alle Teile seiner Memoiren gefunden? Weil uns gerade die Quest sagt, es fehlt noch eins. Aber da! Da! Serikanien? Er war also in Serikanien. Ich bereue es, von dieser dunklen Episode der Stadtgeschichte erfahren zu haben. Ich werde mir zunehmend der Gefahren bewusst, da den Elfen klar sein dürfte, dass jemand ihr Geheimnis entdeckt hat. Mein letzter Streifzug in die Ruinen der Schwarzen Akademie ist Geschichte. Ich werde mein Laboratorium versiegeln und verschwinden. Die Zeit ist gekommen, endlich Serikanien zu sehen. Eine Quest abzuschließen ist doch immer gut. An die Oberfläche zurückkehren. Ja, wir haben im Labor jetzt alles getan, soweit ich das sehen kann. Cynthia ist also in der Schenke. Die ist doch, glaube ich, hier vorne. Hoffen wir mal, dass sie wirklich da ist. Sie ist da. Wegen der Expedition. Das war ein interessanter Geheimnis, Cynthia. Ja, Menschen verbinden sich über Erfahrungen wie so. Ja, das macht dich irgendwie überraschend, was in Bergen passiert. Hast du deine Prüfung bekommen? Nichts. Aber seine Imperial-Majestin schafft die Bedürfung. Jedes Wort, das du sagst, ist gelogen. Hast du den Artefakt noch nicht benutzt? Ich arbeite, es zu verbessern. Ich denke, es wird einen Tag ein bisschen sinnvoll sein. Ich habe ein paar von Derenas Noten gefunden. Er hat die Geschichte der Branden, richtig? Von anderen Dingen. Er macht mehrere Erinnerungen an einer Epidemie. Hm, ich weiß von dem Mut. Sie wissen, was wir finden in diesem Laboratort. Come wieder? Sie wollen die Bacteria-Strains, die die Vrans verletzten, oder mehrfach, Dere Henner's Notes, von seiner Forschung zu den Daten. Das ist sehr gefährlich. Ich glaube, das ist genau das, warum der Emperor so interessiert. Der Norden ist in Chaos. An Epidemie ist die letzte Sache, die Sie brauchen. Und eine könnte es aussehen, wenn Dere Henner's Buch fällt in die falsche Hand. Jede Volk, das du sagst, ist gelogen, was? Ich will die echte Cynthia kennenlernen. Oh, das ist ja nicht. Oh, nein. Welche du hattest du? Die reale. Ich glaube, du bist mit ihr zu sprechen. Wie liebst du sie? Ich glaube, ich liebe sie ein wenig. Ich habe dir nur gesagt, warum ich gekommen bin. Willst du mir erzählen, warum du mich besitzt hast? Ich glaube, ich war interessiert, zu sehen, welcher Geralt aussehen würde. Und? Ich mache Komplimente grundlegend meinem Penis. Das war ja so klar. Sie hat mir auf den Arsch gekloppt. Ist das nicht zu fassen, oder? Das sind immer wieder dieselben lahmen 0815-Porno-Stellungen. Einstellungen, wie auch immer. Die Minstrels haben es richtig gemacht. Die Frauen des Südens sind sowohl passionant und lecker. Ich liebe es, zu improvisieren. Ja. Ich habe es gemerkt. Auf Wiedersehen, Cynthia. Wir haben es geschafft. Nein, wir müssen uns doch wiedersehen. Unsere Liebe hat gerade erst begonnen. Oh mein Gott. Oh, wir haben die Verträge noch gar nicht genommen. Wir müssen natürlich noch die Gargoyles vernichten. Wir könnten auch mehr über sie herausfinden. Ich glaube, irgendwer hatte ein Buch über sie. Äh, wir könnten unser Stahlschwert verbessern. Aber womit? Damit zum Beispiel. Mit einer Rune des Feuers zum Beispiel. Mit einer Rune der Erde könnten wir es auch noch tun. Oh mein Gott. Also... Wir haben da noch eine Golem-Trophäe, glaube ich. Na, die uns zwar mehr Rüstung bringt, aber wesentlich weniger Vitalität. Ich glaube, ich belasse es erstmal dabei. Wer kann mir denn... Wer kann mir denn... Wer kann mir denn mehr über Golems sagen? Du! Ja? Ne, du nicht. Seid ihr wegen des Krieges mit Tencelt hier? Ich glaube, ihr hört über die Kriege mit Kedwin. Sie würden uns nicht nahe, Natalis. Und Radovid hat eine Zuschauer. Schöne. Schöne. Die Mages drone auf über ihre Coven of Advisors. Aber auch sie nicht mehr. Vielleicht könnte der Prinz etwas sein. Aber ich bin nicht sicher, dass sie ihn in den Tauks haben. Henselt protestiert und die anderen sind zu cowardly. Als ein Result, wir sind nicht hier. Henselt nicht offenbar in Ihren. Wer ist zu stoppen? Er ist ein Problem. Er ist ein Problem. Er ist ein Problem. Er hat sich nicht mehr als Sieg verletzt. Er hat sich nicht mehr als Sieg verletzt. Das. Alles kann passieren. Diese Frau wird niemandem kontrollieren. Ich habe sie beobachtet. Sie ist ein wunderbarer Kommandant. Sie machte sie noch mehr gefährlich, wenn jemand sie manipulieren kann. Ich bin nicht sicher, was ich verstehe. Ich denke nur laut. Dann nähern wir uns auch langsam dem Finale. Bis zum nächsten Mal.